Hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Kanal Unboxing Vorstellungstechniker. Vielen Dank, dass Sie sich auf meinem Kanal verirrt haben. In meinem Kanal geht es um Technik, um Vorstellungen, hin und wieder. Hin und wieder mache ich auch Unboxings und nach den Unboxings folgen dann Reviews und Fazits. Auf meinem Kanal geht es um Technik. Auf meinem Kanal geht es grundsätzlich nicht nur um Smartphones, sondern auch um jene Technik, die es so auf dem Smartphone Markt, also die es so auf dem Markt zu finden gibt. Hier mal eine Waschmaschine vorgestellt, dann hier mal eine kleine Konsole vorstellen, dann hier mal, sag ich, einen Fernseher vorstellen, mal ein Auto vorstellen, kann auch passieren. Und dafür will ich Danke sagen an alle Leute da draußen, die sich auf meinem Kanal nur verirren. Und ich danke allen da draußen, die meine Videos anschauen, die sich zwei bis auch drei Sekunden nehmen um das Video. Also ich danke allen da draußen, dass ihr meine Videos so zahlreich anklickt. Und ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit nehmt und das Video auch anklickt. Aber ich hätte noch eine kleine Bitte an euch alle da draußen, abonniert meinen YouTube-Kanal und schaut nicht nur meine Videos an, sondern abonniert bitte auch meinen YouTube-Kanal, weil Abonnenten sind mir sehr, sehr wichtig. Ich brauche wirklich Abonnenten. Ich brauche wirklich jeden Abonnenten. Ich bin sehr stolz, dass es wirklich Leute gibt, die meinen Kanal abonniert haben. Und ich danke euch allen da draußen, dass sie sich die Zeit genommen haben und das Video angeklickt haben, um wirklich die paar Sekunden zu schauen. Dafür danke ich allen da draußen, jede Person da draußen, der danke ich, dass jede einzelne Person sich die paar Sekunden genommen haben und sich jedes einzelne meiner Videos angeschaut hat. Und ich hoffe, dass ihr meinen Kanal weiterhin so zahlreich abonnieren werdet. Ich habe schon ein paar mehr Abonnenten wie vorhin, aber ich hoffe, die Abonnentenzahl werden mehr, weil Abonnenten sind mir sehr, 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 sehr wichtig und dafür ein Riesenlob. Und wenn wir auf 50 Abonnenten kommen, bis Ende des Jahres, dann wird es eine Verlosung geben. Also ich werde dann was verlosen, aber dafür müssen wir auf 50 Abonnenten kommen. Ansonsten kann ich dieses Technik-Ding nicht verlosen. Ich sage euch noch nicht, was es wird, aber ich werde am Ende des Jahres für euch alle, wenn wir 50 Abonnenten erreichen, werde ich eine Verlosung machen an euch alle. Und ich danke euch, dass ihr meine Videos so zahlreich guckt und anklickt und dafür will ich euch danken. Ich danke euch allen da draußen von Herzen. Und von diesem Video soll es gewesen sein, bei 50 Abonnenten werde ich am Ende des Jahres 2019 ein Gewinnspiel machen. Und dafür danke ich euch allen. Ich hoffe, ihr schaut nicht nur meine Videos an, sondern abonniert auch meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und schaltet auch die Glocke an, damit ihr sicher seid, dass euch, wenn ich ein neues Video mache, dass es auch euch erreicht. Und das soll es gewesen sein von diesem heutigen Video. Ich bedanke mich nochmals, dass Sie auch dieses Video zahlreich gucken werden. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Unboxing-Vorstellungstechniker.